Du dreckige Schlammkerl, woher hast du keiner drin wie du das Elixier? Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will wenigstens vor dir. Her damit! Nein, bitte! Für mein Baby! Bitte! Wir brauchen es! Wenn die Stadtwache krank wird, wie sollen wir sie dann beschützen? Beschützen? Ja, das ist... Schnapp sie dir! Ich hol das Elixier! Du wirst in der Zelle verrotten, bis du alt und grau bist, Steven. Nein, es ist meins! Es ist für mein Baby! Hilf mir doch jemand! Schrei ruhig! Niemand hören! Nein, ich brauche es für meinen Jungen, damit er nicht krank wird. Zu den Waffen! Nein! Danke, Sir. Vielen Dank. Sie haben mich gerettet. Wie kann ich Ihnen danken? Ich habe nichts. Moment, nehmen Sie dies. Das ist der Hintertürschlüssel zu Buntings Haus, dem Kunsthändler an der Hauptstraße. Ich habe für ihn gearbeitet. Vor der Seuche. Er hat alle Diener entlassen, aber wohnt noch immer dort. Vielleicht hofft er, etwas aus seinem Tresor verkaufen zu können. Ich weiß nicht, was dort noch ist, aber mehr kann ich nicht anbieten. Nehmen Sie ihn. Schon wieder? Vielen Dank.